Themenreihe FreePWX Asterisk Teil 4.1 Ansage vor dem Melden Herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial. Wenn Sie in einer Firma oder jemanden anrufen und als erstes eine nette Stimme hören, die vom Band kommt, die Sie begrüßt, Ihnen sagt, in welcher Firma Sie gerade anrufen und Sie anschließend weiter verbindet, dann haben Sie die Ansage vor dem Melden gehört. Wie man das in der FreePWX Asterisk einrichtet, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Bleiben Sie dran! Welche Arbeitsschritte müssen erledigt werden, um zu einer Ansage vor dem Melden in der FreePWX Asterisk zu kommen? Wir brauchen zunächst erstmal eine Audiodatei mit der Ansage, mit dem Ansagetext. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man zu so einer Audiodatei kommt. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Man kann also die Audiodatei mit dem Ansagetext, mit Hilfe eines externen Programms, wie zum Beispiel Audacity und so weiter, gibt es ja viele, aufnehmen. Vorzugsweise im Wave- oder MP3-Format und anschließend in die FreePWX hochladen. Man kann aber auch, wenn man es sehr gut in guter Qualität haben will, eine solche Ansage kaufen. Da muss man also nur im Internet, also in Google zum Beispiel, mal nach Ansagetext kaufen. Da bekommt man viele Anzeigen mit Angeboten, auch mit ganz unterschiedlichen Preisen. Da kann man sich da was raussuchen und kann sich einen professionellen Ansagetext sprechen lassen. Und man hat auch die Möglichkeit, in der FreePWX selbst eine Ansage zu erstellen, indem man einfach eine Nebenstelle anrufen lässt, dort die Ansage aufspricht und die wird dann automatisch in der FreePWX gespeichert. Das geht zwar am schnellsten, ist aber auch qualitativ am schlechtesten. Anschließend, wenn diese Ansage da ist und ist hochgeladen in die FreePWX, also diese Audiodatei, dann muss man diese Audiodatei in eine Ansage einbinden und diese Ansage kann man dann in eine Route einbinden oder in eine Klingelgruppe einfügen. Das will ich dann zeigen. Ich möchte das Ganze an diesem Schaltbild nochmal verdeutlichen. Wir haben also hier den Weg eines Anrufs, ausgehend vom Trunk, also da kommt es aus dem öffentlichen Netz hier rein, über die Inbound-Route bis hin zur Nebenstelle oder zu den Nebenstellen, wenn es über eine Klingelgruppe geht. So, wo muss die Ansage jetzt eigentlich hin? Das heißt also, der Ruf kommt vom Trunk rein, kommt in die Inbound-Route, die Inbound-Route leitet entsprechend der hinterlegten Nummer, den Ruf dann weiter und dann kann man als Weiterleitungsziel hier entweder angeben die Ansage, die wir eingerichtet haben und in der Ansage wiederum das nächste Ziel, die entsprechende Nebenstelle. Oder aber man kann sagen, ausgehend von der Inbound-Route verzweige ich in eine Klingelgruppe und in der Klingelgruppe selbst habe ich eine Einstelloption für eine Ansage. Das gucken wir uns dann auch alles an und von der Klingelgruppe geht es natürlich wieder weiter zu den Nebenstellen, die in der Klingelgruppe hinterlegt sind. Das gucken wir uns im Detail jetzt mal an und los geht's. Wir befinden uns hier wieder auf dem Dashboard der Verwaltungskonsole, der FreePBX Asterisk und als erstes müssen wir jetzt sehen, dass wir hier die Audiodatei mit dem Ansagetext hineinbekommen. Die hier hinein zu bekommen, das erledigen wir über den Menüpunkt Systemaufzeichnungen im Administrator-Menü. Hier legen wir eine neue Aufnahme an. So, jetzt gibt es die zwei grundlegenden Möglichkeiten, die man hier hat. Das heißt also, man kann einerseits sagen, ich rufe eine Nebenstelle an und spreche das dort drauf. Dann gebe ich also hier die Nummer der Nebenstelle ein und klicke hier auf Anruf. Dann klingelt meine Nebenstelle. Ich spreche meinen Text drauf, lege wieder auf. Der Text ist hier drin gespeichert und ich fülle den Rest, wie ich es dann beschreiben werde, aus. Die zweite Variante ist die, ich lade eine Sounddatei hoch, die ich irgendwo anders hier habe. Das heißt also selbst aufgenommen, im Internet gekauft von professionellen Sprechern und so weiter. Ich will mal die Sache mit dem Hochladen jetzt hier machen. Ich habe also hier zwei Ansagen. Eine Ansage, die beim Anwählen der Klingelgruppe kommen soll und eine Ansage, die abgespielt wird, beim Anruf auf eine Nebenstelle. Das heißt also, wir erstellen jetzt zwei Ansagen in der Folge und diese beiden lade ich jetzt einfach mal hoch. Dann nehme ich jetzt die von der Klingelgruppe. Die habe ich hier hochgeladen und wir können ja mal hören. Das ist die Ansage vor der Klingelgruppe und gleich erfolgt die Weiterleitung. Ich hoffe, Sie haben es durch mein Mikrofon gehört. Da haben wir sie und jetzt geben wir hier einen Namen dafür ein, dass wir sagen Ansage Ansage Klingelgruppe. So, gucken wir schnell. Da haben wir nichts weiter. Da brauchen wir auch nichts weiter. Wichtig ist hier, dass wir alle möglichen Dateiformate sicherheitshalber mal angeben. Man weiß nie, wofür man sie braucht. Und sagt hier einfach nur bestätigen. So, jetzt weist du nur darauf hin, dass wenn die Ansage halt lang ist, dass es auch länger dauern kann, bis das alles konvertiert ist. Aber das machen wir einfach mal. Das sollte relativ schnell gehen. Und dann haben wir die eine Ansage fertig. Jetzt nehmen wir, beziehungsweise die eine Audiodatei, nicht Ansage. So, jetzt machen wir das nächste. Ansage Nebenstelle und ich ziehe jetzt wieder hier Ansage Nebenstelle, ziehe ich einfach hier rein. Da haben wir die Ansage Nebenstelle. Wir klicken nochmal drauf. Das ist die Ansage vor der Nebenstelle und gleich wird zur Nebenstelle weitergeleitet. Und da haben wir die Ansage hier auch nochmal. Ich hoffe wieder, Sie haben es wenigstens leise gehört. Und auch hier klicken wir wieder alle Dateiformate an. So, schauen nochmal kurz durch. Soweit alles in Ordnung. Und sagen bestätigen. Anschließend wie immer Apply Config. Und da haben wir jetzt erstmal unsere Audiodateien fertig. Jetzt müssen wir noch eine Ansage erstellen für die Nebenstellen. Die Ansage für die Klingelgruppe müssen wir nicht erstellen, denn in der Klingelgruppe können wir die Audiodatei dann direkt zuordnen. Und das werden wir sehen. Also jetzt erstmal hier unter Anwendungen, zweiter Menüpunkt Ansagen, eine Ansage für die Nebenstellen erstellen. sage ich also Ansage Nebenstelle und hier wähle ich jetzt eine von meinen beiden Aufnahmen aus. Dann nehme ich also hier Ansage Nebenstelle und sage, wohin soll sie weitergeleitet werden. Sage ich also, wenn die Ansage hier drauf trifft, dann soll sie weitergeleitet werden an die 80, den Herrn Müller. So, damit sind wir hier durch. Ich sage einmal Bestätigen und sage Apply Config. Nochmal zurück zu unserem Schaltbild. Als nächstes wollen wir die Ansage vor dem Melden für die Nebenstelle einfügen. Im Moment sieht es so aus, dass vom Trunk ausgehen die Inbound-Route direkt an die Nebenstelle weiterleitet. Hier dazwischen wollen wir jetzt die Ansage vor dem Melden einfügen. Das heißt also, die Inbound-Route hat im Moment das Ziel direkt zur Nebenstelle. Die Inbound-Route bekommt jetzt das Ziel Ansage vor dem Melden und die Ansage vor dem Melden hat ja schon das Ziel der Nebenstelle 80 und damit ist das in dieser Reihe mit drin. Das machen wir jetzt. Zu diesem Zweck gehen wir auf Connectivity und Inbound-Routes und haben ja hier unsere beiden aus anderen Teilen resultierenden Inbound-Routen. Einmal die zur Extension 80, also zur Nebenstelle 80, Herrn Müller führt und einmal die auf die Klingelgruppe Vertrieb führt. Also hier diese Inbound-Route soll jetzt auf die Ansage auflaufen und von dort dann weiter zur Nebenstelle 80. Deshalb gehen wir hier rein und sagen hier als Ziel nicht direkt die Nebenstelle, sondern Ansage und zwar die Ansage zur Nebenstelle. Eine andere haben wir ja auch gar nicht. Ja, so hier geht es jetzt von hier aus direkt zur Ansage der Nebenstelle. Da sagen wir erst mal absenden und Konfiguration anwenden und wir kontrollieren nochmal, wie es von der Nebenstelle weitergeht, äh, von der Ansage weitergeht. Das bedeutet also, wir gucken nochmal in Ansagen rein. Wir wissen ja, von der Inbound-Route geht es auf die Ansage und jetzt gucken wir nochmal in die Ansage rein, was wir da eingestellt haben und von hier geht es dann weiter auf die Nebenstelle 80, Herr Müller. So soll es also sein und das müsste jetzt funktionieren. Werden wir nachher auch noch testen. Als nächstes wollen wir der Klingelgruppe eine Ansage zuordnen. Dazu gehen wir hier in das Menü Anwendungen, finden ziemlich weit unten Klingelgruppen und da haben wir unsere Klingelgruppe Vertrieb, die öffnen wir einfach und haben hier schon das Feld Ankündigungen. Wenn wir hier draufklicken, dann werden uns die hochgeladenen Audio-Dateien angezeigt, die wir direkt ansteuern können. Das heißt also, wir brauchen deshalb nicht extra für die Klingelgruppen eine Ansage anzulegen. Da sage ich also hier Ansage Klingelgruppe und bin schon fertig. Absenden, Apply Config. Und das Ganze wollen wir auch mal live testen. Also ich habe hier mein Handy, damit rufe ich aus dem öffentlichen Mobilfunknetz an. Hier habe ich mein Softphone. Das Softphone ist an der Nummer, an der Nebenstelle 80 registriert, also der Herr Müller, vor dessen Nebenstelle ja die Ansage sitzt. Und ich werde jetzt nacheinander von meinem Handy erst die Nebenstelle 80 anrufen, um zu schauen, ob die Ansage vor dem Melden anspringt. Und dann die Nebenstelle 85, die Klingelgruppe, um zu sehen, ob dort die Ansage auch funktioniert. So, fangen wir mal an mit der Nebenstelle 80. Das ist die Ansage vor der Nebenstelle und gleich wird zur Nebenstelle weitergeleitet. Ja, und Sie sehen, der Ruf geht anschließend ein. Funktioniert also. So, jetzt machen wir das Gleiche mit der Klingelgruppe. Ich wähle also die 85 an die Klingelgruppe. Das ist die Ansage vor der Klingelgruppe und gleich erfolgt die Weiterleitung. Ja, und wir sehen, auch die Klingelgruppe funktioniert aus die Ansage anschließend der Ruf. So, das war es auch schon zum Thema Ansage vor dem Melden in der FreePBX Asterisk. Sicherlich eine der leichteren Aufgaben, wenn man diese Anlage konfiguriert. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.